Hallo und herzlich willkommen YouTube. Zurück zu einer neuen Runde der Kriseligkeit. Da hinten hat es gekriselt. Der Rasen auf jeden Fall hat gekriselt. Wir sind on the line. Mikrofon ist alles okay. Ich wette, eventuell, ich muss mal kurz gucken. Das ist bestimmt irgendwas. Nein, nicht Problembehandlung. Aus, aus. Nein. Oh, haben wir jetzt gerade uns selbst in den Schritt geguckt? Auch nicht schlecht. Das wäre irgendwie auch interessant. So, wir haben ein Mikrofon. Ja, perfekt. Stufe 80%. Schön. Dann sind wir auch nicht gleich laut wie Kloßbrühe. Wir können eigentlich... Ja, wir sollten jetzt mal durchs Miasen mal reißen. Aber hey. Oh, nee, wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Nein, wir brauchen eine Tür. Wäre jetzt doof. Jetzt geht die nicht wieder ran. Ähm. Ähm. Ah, doch. Ähm. Hallo? Wolf? Hast du mal gesehen? Äh, alles. Uh. Fleisch, das können wir ja gleich beraten. Denn wir haben ja rohes Fleisch im Inventar. Das Namen wir nicht nennen dürfen. Einmal klicken. Nicht, nicht, nicht aufnehmen. Hallo? Danke sehr. Kochen. Jo. Stimmt, mit alt, ne. Wechseln wir hier Dinge durch. Jo, dann machen wir... Was? Ähm. Ja, wo haben wir jetzt das rohe Fleisch hingeschmissen? Ach so, hier. Oh, dachte schon. Wir müssen es halten. So. Sechs Stück Fleisch? Warum nicht, ne? So. Ah, okay. Stapelproduktion funktioniert hier nicht. Aber ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Muss ja einfach wieder loslassen. Und hier durch, äh, den Stein zu braten, ist alles okay. Ist alles so, die Frutti, das passt so, ne. Also das... Wir braten hier durch Stein und Mark. Uh, das ist schon vergammelt und verschimmelt. Scheiß drauf. Mit dem Kochen wird's besser. Haben sie gemerkt, ne? Es wird immer besser. Weiter geht's. Wir haben jetzt, äh, gegrilltes Fleisch. Oh, oder ist das von draußen? Irgendwer furzt hier die ganze Zeit in unserer Gegend. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber irgendwoher kommen Furzgeräusche hier. Okay. Wir müssen durchs Miasma reisen. Wests finden, schlafen Überlebenden. Stimmt, ne. Der ist ja irgendwo hier. Reise durchs Miasma. Auf KD-Anzeigen. Falsche Tasse geklickt. Wow, danke sehr. Bitte sehr. Der ist halt da oben irgendwo, ne. Und wir müssen jetzt hier durch das Miasma durch. Doof nur, ähm... Ja, wir haben einen Fernkampfwaffe. In dem Sinne, Zauberstab. Ob das Fernkampf ist, ich weiß nicht so genau. Ansonsten Bandagen haben wir da. Falls wir uns heilen müssen. Joa, und dann tun wir mal so, als ob wir wissen, was wir tun. Ne, stimmt. Wir haben doch jetzt ein... Wart mal kurz. Rucksack. Wir haben doch... Wir haben doch den Greifhaken. Den haben wir ja. Wir müssen... Heißt, wir müssen nicht oben... Wir müssen nicht oben... Wir müssen nicht unten durch, sondern können auch oben irgendwo hinflöten. Klingt das irgendwie interessant. Ja, hallo. Geht gut. Gut. Dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, muss ich sagen. Leistet Widerstand? Geht gar nicht. Oh, so weit entfernt wohl nicht, ne. Macht doch wieder keinen Schaden, wenn man zu weit weg ist. Oh. Äh, E und dann F. Okay. Tierfälle. Geht immer. Inventarmäßig. Ach, ich müsste Rucksack wieder behalten. Okay, wir haben nicht... Wir hätten... Ja. Das Zeug zu Hause lassen können, aber... Egal. Jetzt gehen wir mal da rüber. Schon wieder Schafe. Oder sind das Wider? Ich glaube, das sind Wider. Oder Böcke oder Schafböcke oder was auch immer. Egal. So. Wir haben jetzt so einen schönen Haken. Ja, toll. Das hättest du nicht machen sollen. Also nicht machen müssen. Was ist das? Ein Holzpfeil. Haben wir überhaupt einen Bogen? Nö. Oder? Nein. Einen Bogen haben wir nicht, aber wir sammeln Pfeile. Alles in Ordnung. So. Oh, oh. Also, dachte ich schon, wir müssen hier... Oh. Ist das derjenige? Hallo? Äh. Man, verschwindet einfach hier in diesem Spiel. Danke dir. Haben wir mal wieder nichts bekommen. Äh. Mit dem Greifhahn kannst du... Ja, ja, super. Oh. Was? Oh, oh. Müssen wir uns demnach auch noch rüberhangeln? Also, wissen sie so? War eigentlich das? Jo. Okay, das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, welche Taste es war. Mit Leertaste oder mit der Maus. Weil ich habe beides irgendwie genutzt. Ähm... Oh, da hätten wir auch noch. Damit wir uns hier... Ja. So, kritisch hier. Kritisch! Kritisch! Kritisch an! Also, hier mit dem Zauberstab... Ach, aktivieren können wir die. Okay, nein. Ich will die nicht wieder aktivieren. Obwohl wir event... Oh, können wir ja... Wir können ja nicht... Auf der Pritsche können wir nicht schlafen. Ist ja nur... Oh. Ist hier ein Wächter oder was? Was ist denn das für einer gewesen? Hat nicht mal Hallo gesagt. Ist einfach umgefahren. Und ist jetzt eben in der... Treppe verschwunden. Der ist in der Treppe verschwunden. Warum macht man da sowas? Und ich finde es immer wieder... Unlustig. Warum auch immer. Nö, war schon richtig. Oh, nein. Äh... Transformieren. Zentrieren. Okay, passt. Passt, 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 passt. So. Entschuldigung dafür. So, jetzt sind wir auf... Einem... Ja, jetzt sind wir halt durch hier, ne? Wir haben unser erstes Lager gefunden. Haben wir auch... Ein erstes Dörfchen gefunden. Und können nun links abbiegen. Zum Schlafenden Riesen. Oder einfach nur... Ja, die zwei Türme da oben. Also gut, ein Turm von zwei. Mordor. Oh, wir kommen. Entschraudet. Das bildet hier ab, ne? Mordor per se. Online haben wir jetzt nicht, aber... Ja, irgendwie ist es dann doch... In die Richtung. Wir sind noch ausgeruht, wenn man links oben mal gucken könnte. Ja, man kann links oben gucken. Wir sind tatsächlich ausgeruht. Haben wir hier irgendjemand? Hallo? Wüsche können dich verbergen, wenn du ihn hineindrückst. Also mit C, ne? Du Crouch mit C, ne? Ach so, hier ist ja einer. Rein da, den Lachs. Ähm. Wie jetzt? Das ist ein Gegner? Das ist ein Gegner? Bienen können auch Gegner sein? Eine provisorische Sense. Oh. Mal kurz. Äh. 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 Boah. Ich weiß halt nicht, ne? Wäre halt... Ist alles Stufe 1. Von dem her... Lassen wir es mal links liegen. Ja, wir können auch noch plündern. Stofffetzen. Immer wieder gern gesehen. Ansonsten haben wir echt... Ich glaube... Weiß. Was sprechen Sie? Oh, warte mal kurz. Ähm. Entschuldigung. Ich wollte es noch nicht raus vielleicht... Äh. Äh. Nein. Ich wurde einfach rausgedingst. Ich hasse diese Alt-Taste, ehrlich gesagt. Ich hasse das mit dem Alt. Weil daneben ist einfach mal Shift. Äh. Daneben ist die Windows-Taste. Und da wird es halt ungemütlich. Ich hasse es so. Gibt es keine Alternativmöglichkeiten hier? Naja. Ich glaube nicht. Ach, Nahrung ist bereits aktiv. Wir heilen ja gar nicht mehr. Interessant. Hm. Okay. Man muss also eine Grundvoraussetzung mit Fleisch erfüllen. Und dann kann man theoretisch mit dem Bären halt Leben generieren. Okay. auch interessant. Das ist aber interessant. Dass es so gesehen zusammenhängt. Das heißt, wir haben hier... Wieso denn für die Herstellung... Na gut. Vielleicht habe ich das alles... Wo ist der Rest hier hin? Ist das bei einem Todespunkt eventuell liegen geblieben? Könnte gut sein. Ich weiß es nicht. Ich bin das erste Mal hier gestorben. Ich hasse diese... Ich hasse das. Ich hasse Windows-Taste. Ich hasse... In diesem Spiel... Warum muss man so umswitchen? Mal gucken, was wir zu sagen haben. Hier 70 Meter. Mal gucken, ob der Herr uns hier helfen kann. Oder nicht. Nein, jetzt aber weg. So, plündern. Mitgehen lassen. Ach, das ist die Fackel hier. Okay. Aufsammeln. Alles mitnehmen. Okay. Heißt also, wir haben... Ein Teil unserer Ware verloren. Können sie aber wieder... Mitnehmen. Okay, verstehe. Verstehe. Verstehe das Grundprinzip. Ja. Ist gut. Ist in Ordnung. Passt. Oh. Ähm... Hier haben sie offenbar... Krüge zerstört. Wieder Herstellungskrüge, ne? Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bammt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Seelenkessel hält, als ob mein Leben davon abhinge. Also auch in... Aber wie viele haben die hier benutzt? Ist das nur Gefäße? Komfort. Gut. Wir haben Komfort hier. Finde ich gut. Wir haben mal Komfort hier im Lande. Was habe ich getan? Ist das Explo... War das gerade Explosiv, was wir gerade verursacht haben? Wollte ich jetzt gar nicht. Ähm... Jetzt ist es mit... Warum N? Wolltien... Wolltien...